Herzlich willkommen bei Reisemobile Dülm. Mein Name ist Peter Kelle und ich habe das Glück heute euch einen Wohnwagen vorstellen zu dürfen und zwar im Speziellen ein Kabel-Wohnwagen. Und zwar handelt es sich um ein 630 Imperial TDL KS. Was sich da genau hinter verbirgt, schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ein etwas besonderer Grundriss, werdet ihr gleich sehen, wenn wir reingehen. Aber jetzt fangen wir erstmal an und spazieren einmal um den Wohnwagen herum. So, der Wohnwagen von Kabe hat das Gasfach vorne. So schaut der Gaskasten von innen aus. Das Ganze ist ausgerüstet mit einer Truma Duo Control mit Crash-Sensor. Bei Kabe auch immer ein bisschen herausragend. Wir haben hier eine Dichtigkeitsanzeige. Wenn mal irgendwas im Fahrzeug mit der Gasanlage nicht in Ordnung sein sollte, dann sieht man hier kleine Luftblasen. Er hat auch immer noch mal einen Außenanschluss verlegt. Das sieht man hier im oberen Bereich. Der geht nach links. Da kann man dann halt noch mal einen Gasverbraucher anschließen. Der Schlauch wird dann durch den Boden geführt. Da ist ein kleines Loch vorbereitet. Wir haben den Deichselansatz. Die Deichsel ist natürlich verkleidet. Ist eine Alko-Sicherheitskupplung, Handbremse, Steckanschluss für das Fahrzeug und das Stützrad. So, dann gehen wir zusammen weiter. Und zwar haben wir dann hier schon mal gleich zwei Klappen. Bei der ersten Klappe handelt es sich um den City-Wasseranschluss. Hier habt ihr die Möglichkeit halt permanent Wasser zuzuführen, wenn der Stellplatz das zur Verfügung stellt. Aber auf den meisten Stellplätzen ist das ja so. Das zweite ist dann der Anschluss für die Außendusche. Auch warm Wasser, kalt warm regelbar, so ganz langsam. Und ja, das Ideale, um mal Sand abzuspülen oder was zu reinigen. Der Hund kann versorgt werden. Ja, dann haben wir als nächste kleine Klappe den Frischwasserzufuhranschluss. Hier ist immer der Klassiker. Schlauch rein, auffüllen, bis das Wasser rauskommt. Dann ist alles voll und man ist erstmal versorgt. Hier sehen wir den Abgasstutzen für die alte Warmwasserheizung. Und dann gehen wir einmal weiter zum Heck. Ah, einmal müssen wir noch kurz anhalten. Und zwar so der Nageltest. Das ist nämlich was Besonderes bei Kabel. Das Design ist aufgläsert und nicht aufgeklebt. Kann natürlich sich auch nie was lösen. Es kann keine Folie sich aufstellen. Das ist für die Ewigkeit gemacht. Hier haben wir im Oberbereich den Kabel Schriftzug. Den kann man auch beleuchten. Wir haben hier nochmal die Kennzeichnung Imperial für die Ausführung. Die höchste Ausführung bei Kabel mit sehr vielen schon inkludierten Ausstattungsmerkmalen. Wir haben hier die Rückleuchten, Voll-LED-Rückleuchten auf beiden Seiten. Und das Besondere da auch bei Kabel, die machen wirklich alles. Und auch diese Rückleuchten werden bei Kabel produziert und werden nicht so gekauft. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite in Fahrtrichtung die Setford-Klappe mit der Setford-Kassette dahinter. Und der aufmerksame Betrachter wird dann somit auch gleich wissen, wie der Grundriss gestaltet ist. Wir haben nämlich hier im hinteren Bereich ein Heckbad. Schauen wir uns aber gleich noch genauer an. Dann haben wir hier eine Stauraumklappe als nächstes. Und bei Kabel natürlich auch die Stauraumklappen besonders isoliert, auch mit Textilverkleidung. Wir haben hier dann auch gleich einen Wärmekonvektor angeschlossen, um dann halt eindringende kalte Luft gleich wieder auch zu erwärmen, damit keine Kondensbildung entstehen kann. Das ist natürlich bei Kabel besonders herausragend. Wir haben ja die Zusicherung bei Kabel minus 50 Grad und das funktioniert auch in der Praxis. Dann sollten wir auch noch mal kurz die Rad-Reifen-Kombination ansprechen. Das sind Leichtmetallräder. Wir haben eine Tandemachse und da sind wir bei einer Zuladung bei 2800 Kilogramm. Als nächstes kommt das kleine Technikfach. Hier haben wir den Anschluss für den Außenstrom. Wir haben hier noch mal auch Antennenstecker und wir haben auch hier noch mal gleich inkludiert eine Außensteckdose. Jetzt die letzte Klappe und auch wieder eine Besonderheit bei Kabel. Und zwar haben wir hier eine Durchlademöglichkeit, wirklich von rechts bis links am Fahrzeug. Wir haben einen ganz langen Einschub. Man nennt es eigentlich immer das klassische Skifach. Aber man kann natürlich auch alle anderen Dinge unterbringen. Feuchte Dinge, Kabel kann man einlegen, Schlauch, um die Frischwasserversorgung sicherzustellen. Das ist hier bei diesem Fach alles möglich. Bei dem Kabel 630 in dieser Konfiguration liegen wir bei einem Endpreis von 90.540 Euro. Aber wir können natürlich auf Kundenwunsch immer noch in unserer Technik verschiedene andere Sachen ergänzen. Wir können das Ganze mit einer Markise ausrüsten und, und, und. Zu den Maßen. Er hat eine komplette Länge von 8,50 Meter. Die Aufbaulänge beträgt 7,25 Meter. Die Höhe 2,78 Meter. Und es handelt sich um einen KS, das heißt um einen Kindsize Wohnwagen. Die Breite 2,50 Meter. Ja, dann schauen wir mal zusammen rein. Lasst euch überraschen. Ja, so, ihr schaut schon mal ins Fahrzeug. Ich bleibe noch mal etwas draußen stehen, komme gleich zu euch rein. Bei diesem 630 TDL-FK-KS ist es so, dass der eine Frontküche hat in Fahrtrichtung. Das seht ihr hier auf der rechten Seite. Hat natürlich sehr viel Licht. Man hat oben einen Skyroof, dann aber auch nochmal direkt über der Küchenarbeitsfläche ein Fenster, das man öffnen kann, um da vielleicht Kochdunst oder sowas direkt abziehen zu lassen. Er ist dann mit einer Mitteldinette ausgerüstet. Die ihr jetzt hier gerade seht, dann hat er Einzelbetten im Heck und ganz am Ende im Heck, in der Mitte, den Zugang zur Nasszelle. Ja, hier können wir mal zusammen einen Blick in das Heckbad werfen. Das ist natürlich unheimlich komfortabel, weil über die komplette Wohnwagenbreite, wir haben einen großen Duschbereich, Echtglas versiegelt, die man öffnen kann. Dusche, schönen großen Waschtisch, hier mal so Handvergleich, schöne große Mischarmatur. Schrank, kann man einige Badutensilien unterbringen, Spiegel beleuchtet, auf der linken Seite auch nochmal ein schöner großer Schrank. Überall natürlich auch mit Reling versehen, damit Flaschen nicht herausfallen können. Wir haben hier ganz auf der linken Seite nochmal zweimal 230 Volt zur Möglichkeit, um das Ganze anzustecken. Also nicht nur der Haarföhn ist möglich, sondern auch gleichzeitig der Rasierapparat. Aber hier passt man ja auch prima zu zweit ins Bad, muss man ja sagen. Auf der linken Seite unter dem Schrank die Toilette. Dann haben wir auch nochmal dann links von euch aus gesehen, jetzt ein Handtuch-Wärmehalter ist installiert, ein elektrischer. Da kann man natürlich dann seine Handtücher schön aufhängen und auch schnell austrocknen lassen. Hier schauen wir zusammen in den Schlafbereich. Das ist ja ein 24er Modell, sagte ich einleitend. Und jetzt sieht man auch schon die größten Änderungen bei dem 24er Modell zum 23er Modell. Einmal die etwas dunkleren Holzfronten, die ihr sehen könnt. Und das veränderte Design der Hochschränke. Alles nochmal unterteilt, auch immer mit Lippe versehen. Und wenn ihr mal hier in den Schrank schaut, dann seht ihr die Textilbespannung im oberen Bereich. Es ist auch so, bei Kabel ist kein Einbauschrank direkt an die Außenwand angesetzt. Das, was unten im Fußraumbereich immer dicht an der Außenwand ist, sind die Heizungskonvektoren von der Warmwasserheizung. Und da hat dann die warme Luft, die aufsteigt, die Möglichkeit, überall hinter jedem Schrank her, auch hinter diesen Hochschränken, wie man sieht, an dieser Textilbespannung entlang bis an die Decke zu gelangen. Um dann halt wirklich jede mögliche Kältebrücke auszuschließen. Und auch die Decke ist textilbespannt. Das hat natürlich den Riesenvorteil, dass unheimlich viel, wenn mal Kondenswasser da sein sollte, dass das gut aufgenommen werden kann von den Textilien. Und wenn er dann wieder schön beheizt ist, dass das dann auch die Feuchtigkeit wieder direkt abgegeben werden kann, ohne dass irgendwelche Schäden auftreten oder auch Beschlag. Hier sehen wir die Matratzen. Die Matratzen sind natürlich eingepackt aus hygienischen Gründen. Wir haben im unteren Bereich die Matratze und dann im oberen Bereich einen schönen dicken Topper. Und das gibt dann richtig Schlafkomfort. Das ist richtig angenehm weich. Falls ich lesen möchte, nicht direkt schlafen möchte, habe ich die Möglichkeit, das Bett im Kopfbereich aufzustellen. Und wir haben eine Länge von 2 Metern und eine Breite von 80 Zentimetern. Dann gehen wir weiter in die Dinette. So, ich sitze jetzt hier in der Dinette. Ein sehr angenehmes Sitzgefühl. Man hat so die ideale Sitzhöhe, dass man die Füße noch bequem aufstellen kann. In dem Fall hier bei dem Imperial ist das ein Lederbezug. Wir haben einen Tisch, der aber auch abgesenkt werden kann. Somit habe ich hier auch nochmal die Möglichkeit, in der Dinette ein Notbett aufzubauen. Die dunklen Holzfarben, die neuen, die 24er kommen hier auch wieder schön zur Geltung. Ihr seht auch bestimmt viel. Einiges von der Beleuchtung. Eine sehr schöne gestaltete Beleuchtung indirekt über den Schränken, um das große Häk hier herum. Auch die Dometic kann indirekt beleuchtet werden. Die Klimaanlage im Dachbereich hier über der Dinette. Ja, das ist schon wirklich eine unheimlich angenehme und gemütliche Situation. Natürlich diese Mitteldinette der Frontküche geschuldet. Und das schauen wir uns jetzt nochmal genauer an. Jetzt werfen wir uns zusammen einen Blick in die Küche. Wir machen das Ganze mal von rechts nach links. Hier auf der rechten Seite nochmal einen Schrank, darüber auch einen Oberschrank. Dann haben wir hier auf der rechten Seite das zentrale Display, wo alle Steuerungen über das Bussystem von Kabe schaltbar sind. Dann haben wir unseren Küchenbereich. Und zwar haben wir zwei Gasflammen. Daneben aber gleich auch nochmal, wenn der Außenstrom angeschlossen ist, die Möglichkeit auf Induktion zu kochen. Dann haben wir hier direkt darunter so einen Salamander, um halt überbacken zu können. Und darunter dann halt nochmal einen schönen großdimensionierten Gasbackofen. Und links daneben auch eine Mikrowelle, die keinen Wunsch offen lässt. Wir haben sehr schön viel Arbeitsfläche hier an der Küche im vorderen Bereich. Wir haben links den Dometic Tower und einen schönen großen Waschtisch. Viel Staufläche. Ihr seht das. Da kann man wirklich sämtliche Küchenutensilien gut verteilen, verstauen, zugriffsbereit vorhalten. Und, was bei Kabe natürlich auch immer der Fall ist, eine Zentralverriegelung. Einmal gedreht, schon sind alle Schubladen verriegelt. Und nichts kann während des Transport des Wohnwagens sich öffnen. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr weitere Fragen habt, alles in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und würde sagen, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch zusammen. Tschüss! Tschüss!